Lustige Witze in 3, 2, 1, los! Tank was? Ey, Sie tanken super? Dieselfahrer? Danke! Und, wie lief es bei deinem Grammatikwettbewerb? Ich hab verliert. Muss mal wieder die Beine rasieren, das Fönen dauert viel zu lange. Warum sollte ich zu Fuß gehen? Ich hab doch vier gesunde Reifen. Du weißt, was du als Trauerzeuge zu tun hast, oder? Klaro! Okay, gut. Ich muss den Ring ins Feuer werfen, oder? Nur wer die Sprache beherrscht, ist in der Lage, den Gegner Ravioli zu bieten. Frauen behandelt man wie Schneemänner. Erst die Kugeln ordentlich kneten und dann kommt die Karotte ins Gesicht. Was kostet diese Angel? 19,99. Das ist aber billig. Wo ist denn der Haken? Nee, es gibt keinen Haken. Wenn ich zehn Bier vor mir habe, dann kann ich nicht wieder stehen. Wenn ich zehn Bier hinter mir habe, dann kann ich wieder nicht stehen. Gibst du mir mal die Milch rüber? Wie heißt das Zauberwort? Keine Ahnung, ich schau kein Harry Potter. Zuerst schuf Gott den Mann und sah, dass er gut war. Dann schuf Gott die Frau und sagte, okay, die müssen sich halt schminken. Ich schaue auf die Sonne und sehe dich. Ich schaue aufs Meer und sehe dich. Ich schaue auf die Sterne und sehe dich. Verdammt, es geht doch endlich mal zur Seite. Wette, ich kann ihre Stimmung vermiesen. Wetten, ich ihre Meer? Sie sind gekündigt. Weiß ich, hab mir deine Frau schon im Bett erzählt. Was? Das wohl Schlimmste daran, Drillingen zu bekommen, ist 27 Monate schwanger zu sein. Chantal, 16, zweifache Mutter. Umkletterkabine. Kurzfrau. Kann ich kurz rein? Kein Problem, ich bin angezogen. Erzähler, war er nicht? Vor der Präsentation. Du hast den Vortrag lange geübt. Deine Folien sind klug und hübsch. Dich wird nichts aufhalten. Du kannst das. Präsentation beginnt. Gute Damen und Herren, meine Tage. Chef. Sie sind gefeuert. Ich gebe ihm Dienstmarker und Waffe. Chef. Sie waren Rechnungsprüfer, wo haben Sie den Scheiß her? Hamster sind wie Bügeleisen. Beim Kampf gegen U-Boote total nutzlos. Ich laminiere meine Liebesbriefe immer ein, falls sie zwischendurch mal kotzen muss. Vergesst nicht, diesem Video einen Daumen hoch zu geben und meinen Scheiß-Kanal zu abonnieren. Im Android App Store findet ihr jetzt übrigens die App Masterjam Witze. Mit einem Download, einer positiven Bewertung und einem Kommentar würdet ihr mich grandios unterstützen. Bis nächste Woche.